Die liberale Partei Kanadas ist eine liberale politische Partei in Kanada. Sie ist im politischen Spektrum links angesiedelt und verbindet progressive Gesellschaftspolitik mit moderaten wirtschaftlichen Anliegen. Oft wird sie als Kanadas natürliche Regierungspartei bezeichnet, da sie seit Beginn des letzten Jahrhunderts in den meisten Jahren an der Macht gewesen ist. Jeder liberale Parteichefe des 20. Jahrhunderts wurde auch Premierminister, amtierender Vorsitzender ist Justin Trudeau. Nach der Auflösung der progressiv-konservativen Partei und deren Neugründung als konservative Partei sind die Liberalen die einzige Partei, die seit der Gründung der Kanadischen Konföderation im Jahr 1867 ununterbrochen existiert. Sie ist auch die älteste Partei auf nationaler Ebene. Allgemein, umgangssprachlich werden die Liberalen als Gritz bezeichnet nach der Reformbewegung Clear Gritz in der Provinz Kanada vor 1867. In der Geschichte der liberalen Partei gab es neben Stefan Dion nur einen nicht-enterimistischen Parteichef, der nicht Premierminister wurde, nämlich Edward Blake. Jeder liberale Premierminister war zudem Minister im Kabinett seines Vorgängers gewesen. So war Martin Minister im Kabinett Kretziens, der wiederum dem Kabinett Turners angehörte, wie der zuvor dem Kabinett Trude aus. Die liberale Partei Kanadas ist Mitglied der liberalen Internationale. In der letzten Jahrzehnten unterstützte die liberale Partei Themen, die sowohl auf der linken als auf der rechten Seite des politischen Spektrums anzusiedeln sind. Sie neigt tendenziell jedoch eher nach links. Sie tritt ein für einen ausgeglichenen Staatshaushalt, legalisierte die gleichgeschlechtliche Ehe und die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken, befürwortet die Inkriminalisierung des Konsums sogenannter weicher Drogen und vertritt in umstrittenen gesellschaftlichen Fragen wie dem Schwangerschaftsabbruch eine progressive Haltung. Weitere aktuelle Forderungen sind höhere Ausgaben in Bildung, Forschung und Verteidigung, mehr Rechte für Einwanderer und First Nations, Senkung der Steuern für niedrige Einkommen und schärfere Waffengesetze. Geschichte Die liberale Partei bildete sich aus den Reformern heraus die Mitte des 19. Jahrhunderts in allen britischen Kolonien in Britisch-Nordamerika, die Selbstverwaltung anstrebten. Zu diesen gehörten George Brown, Robert Baldwin, William Leon McKenzie und die Cleargrids in Oberkanada, Joseph Howe in Nova Scotia sowie die Patriots und die Partie Rouge in Oberkanada, die von Persönlichkeiten wie Louis-Joseph Papaino geführt wurden. Die Cleargrids und die Partie Rouge bildeten ab 1854 manchmal einen vereinten Block im Parlament der Provinz Kanada. 1861 erfolgte die Gründung einer vereinigten liberalen Partei mit englisch- und französischsprachigen Kanadiern. Zur Zeit der Bildung einer kanadischen Konföderation durch die früheren britischen Kolonien Kanada, New Brunswick und Nova Scotia waren die Liberalen von einer pragmatischeren konservativen Koalition unter Führung von John MacDonald an den Rand, gedrängt worden. Während 30 Jahren mussten die Liberalen sich mit der Oppositionsrolle zufriedengeben mit lediglich einer kurzen Unterbrechung. 1873 konnte Alexander Mackenzie eine liberale Regierung bilden, nachdem MacDonald wegen des Pacific-Skandals im Unterhaus ein Misstrauensvotum verloren hatte. Mackenzie gewann die Wahl 1874, musste jedoch die Regierungsgewalt vier Jahre später nach einer Wahlniederlage wieder an MacDonald abgeben. Laurier in ihrer frühen Phase war die liberale Partei die Partei des sogenannten Kontinentalismus des freien Handels mit den USA und widersetzte sich dem Imperialismus. Sie wurde zudem mit den Autonomiebestrebungen Quebes identifiziert, weil sich die Franco-Kanadier wegen der Hinrichtung von Louis Riel in Gegnerschaft zu den Konservativen befanden. Unter dem Vorsitz von Wilfried Laurier wandelte sich die liberale Partei zu einer modernen Partei, er vermochte die Entfremdung der Konservativen gegenüber den französischsprachigen Kanadiern auszunutzen und die Liberalen als glaubwürdige Alternative zu präsentieren. Laurier korrigierte auch das antiklerikale Image der Partei, an der die noch immer mächtige römisch-katholische Kirche in Quaybe Anstoß nahm. Im englischsprachigen Kanada wurde die liberale Partei wegen ihrer Unterstützung des freien Handels bei den Farmern populär. Das half ihre Machtstellung in den wachsenden Prärieprovinzen zu verfestigen. Laurier führte die Liberalen in der Wahl 1896 zur Macht. Seine Regierung förderte die Einwanderung um Westkanada zu besiedeln. Sie schuf aus Teilen der Nordwestterritorien die Provinzen Saskatchewan und Alberta und förderte die Entwicklung der kanadischen Industrie. 1911 mussten die Liberalen die Regierungsmacht abgeben, weil die Bevölkerung mit der Freihandelspolitik und der Schaffung einer kanadischen Marine nicht einverstanden war. Die Frage des Wehrdienstes spaltete die Partei, weil viele Liberale im englischsprachigen Kanada den Wehrdienst und die von der unionistischen Partei gebildete Regierung unter Robert Borden unterstützten. Laurier musste die politischen Aktivitäten seiner Partei auf das francophone Quaybe konzentrieren, weil eine große Anzahl liberaler Kandidaten in den übrigen Provinzen auf Wahllisten der Unionisten antraten. Der einzige Nutzen der Wehrdienstkrise für die liberale Partei war, dass die Konservativen für Franco-Kanadier auf Jahrzehnte als unwählbar galten. Kanadas Unabhängigkeit unter dem Vorsitz Lauriers und seines Nachfolgers William Leon Mackenzie King setzten sich die Liberalen für die staatliche Souveränität Kanadas und eine größere Unabhängigkeit im britischen Appir ein. Bei den Reichskonferenzen in den 1920er Jahren übernahmen die Liberalen oft die Führung und argumentierten, Großbritannien und die Dominions sollten einen gleichberechtigten Status erhalten. Sie wandten sich zugleich gegen die Einrichtung eines Appir-Parlaments, das den unabhängigen Status Kanadas untergraben hätte. Nach der King-Bung-Affäre 1926 verlangte die liberale Partei, der Generalgouverneur von Kanada sollte nicht länger auf Empfehlung der britischen Regierung eingesetzt werden. Die Ergebnisse der Konferenzen wurden 1931 im Statut von Westminster festgehalten. Die Liberalen verlangten auch, dass Kanada selbst für seine Außen- und Verteidigungspolitik verantwortlich sein solle. Ursprünglich waren es die Briten, die die Außenpolitik des Dominions bestimmten. 1905 schuf Laurier das kanadische Außenministerium und wies 1909 Generalgouverneur Earl Grey an einen Außenminister zu ernennen. Laurier war es auch, der 1910 erstmals die Schaffung einer kanadischen Marine vorgeschlagen hatte. Mark Hensey King berief 1926 Kanadas ersten Botschafter in Washington. Damit unterstrich er, dass Kanada auf direkten Beziehungen mit den USA bestand, statt Großbritannien an seiner Stelle handeln zu lassen. In der Zeit unmittelbar vor und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Partei zu Verfechterin einer fortschrittlichen Sozialpolitik. Der liberale Premierminister William Leon Mackenzie King führte verschiedene Bestimmungen ein, die zur Schaffung des kanadischen Wohlfahrtsstaates führten. Widerstrebend schuf er Altersrenten, als Gegenleistung für die parlamentarische Unterstützung der Kooperative Commonwealth Federation für seine Minderheitsregierung. Später führte Lester Pessen eine universelle Gesundheitsfürsorge den kanadischen Pensionsplan Studentenanleihen und den kanadischen Hilfsplan ein, der Wohlfahrtsprogramme in den Provinzen finanzierte. Die Ära Pierre Trudeau unter dem Vorsitz von Pierre Trudeau entwickelte sich der Einsatz hin zum Ziel der Schaffung einer gerechten Gesellschaft. Die Trudeau-Liberalen wurden zu Vorreitern der offiziellen Zweisprachigkeit in Kanada, verabschiedeten das Amtssprachengesetz, das dem Französischen und Englischen einen gleichberechtigten Status gab. Trudeau hoffte, dass der Platz Quaybass in der Konföderation so gefestigt werde und Rufen nach einer Unabhängigkeit dieser Provinz begegnet werden könnten. Seine Politik zielte darauf ab Kanada in ein Land zu verwandeln, in dem Englischsprachige und Frankophon-Kanadier problemlos zusammenleben und in jedem Teil des Landes ziehen können, ohne ihre Sprache aufgeben zu müssen. Zwar ist dieses Ziel nicht erreicht worden, doch hat der offizielle Bilinguismus dazu beigetragen, den Niedergang der französischen Sprache außerhalb Quaybass zu stoppen und alle öffentlichen Dienstleistungen, einschließlich die der Regierungseigenen Rundfunkanstalten Canadian Broadcasting Corporation und Radio Kanada, im ganzen Land in beiden Sprachen anzubieten. Den Liberalen unter Trudeau wird auch ihr Einsatz für einen offiziellen Multikulturalismus angerechnet. Einwanderer konnten sich so in die kanadische Gesellschaft integrieren, ohne sich von ihrer Kultur zu entfremden. Wegen des Multikulturalismus und ihrer einwanderungsfreundlichen Politik hat sich die Partei eine feste Basis bei Einwanderern und ihren Nachkommen aufgebaut. Ein langfristiger Effekt der Ära Trudeau waren die Festschreibung der kanadischen Verfassung und die Schaffung der kanadischen Katar der Rechte und Freiheiten. Die Liberalen unter Trudeau unterstützten das Konzept einer starken zentralen Regierung und bekämpften separatistische Bewegungen und andere Formen des Nationalismus in Quaybe. Nach Trudeau's Rückzug aus der Politik 1984 hielten viele Liberale wie Jean Chrétien oder Clydes Wels an seinem föderalistischen Konzept fest. Andere wie John Turner unterstützten den Michelecker-Akkord und den Charlottetown-Akkord fehlgeschlagene Verfassungsänderungen, die die Rechte der Provinzen gegenüber der Föderationsregierung erweitert und Quaybe als getrennte Gesellschaft anerkannt hätten. Unter John Turners Vorsitz verloren die Liberalen 1984 die Regierungsmacht und wurden auf 40 Sitze im Unterhaus reduziert. Für die Partei begann ein langer Prozess der Erneuerung. Im Wahlkampf 1988 widersetzte sich Turner heftig dem Freihandelsabkommen mit den USA, das die regierende progressiv-konservative Partei unter Premierminister Brian Mulawani ausgehandelt hatte. Obgleich die meisten Kanadier gegen das Abkommen waren, wurden die Konservativen bei der Wahl mit einer Mehrheit bestätigt und konnten weiter regieren. Turner trat 1990 zurück und wurde durch seinen Erzrivalen Jean Chrétien ersetzt. Bei der Wahl 1993 versprachen die Liberalen, das nordamerikanische Freihandelsabkommen nachzuverhandeln und die Goods and Services Tax aufzuheben. Doch als Chrétien die Regierung übernahm, wurde das Freihandelsabkommen nur geringfügig verändert und die Mehrwertsteuer nicht aufgehoben. Während Chrétien seine Wahlkampagne mit linken Argumenten führte, war seine Regierungszeit von Einschnitten in viele Wohlfahrtsprogramme gekennzeichnet. Sie sollten für ein ausgeglichenes Regierungsbudget dienen. Chrétien setzte das Konzept Trude aus zum Föderalismus fort und weigerte sich größere Konzessionen an Quaybe und andere Provinzen zu machen. Nachdem das Quaybe-Referendum 1995 zur Frage der Unabhängigkeit dieser Provinz knapp abgelehnt worden wurde, verabschiedeten die Liberalen den Clarity Act, in dem von Regierungsseite die Vorbedingungen für Verhandlungen über die Unabhängigkeit von Provinzen festgelegt wurden. In den letzten Tagen seiner Regierung setzte sich Chrétien für die gleichgeschlechtliche Ehe und die Entkriminalisierung des Besitzes kleiner Mengen von Cannabis ein. Im März 2003 verärgerte er die USA, als er sich weigerte, kanadische Truppen in den Irakkrieg zu entsenden. Premierminister Martin im Dezember 2003 wurde Paul Martin nach monatelangen internen Machtkämpfen als Nachfolger John Chrétiens bestimmt. Trotz langer persönlicher Rivalitäten zwischen beiden hatte sich Martin in den 1990er Jahren als Finanzminister unter Chrétien zum zentralen Architekten der liberalen Wirtschaftspolitik gemacht. Am 28. Juni 2004 gelang der liberalen Partei unter Martin trotz starken Wettbewerbs der wiedervereinten konservativen Partei ein erneuter Wahlsieg. Sie verlor jedoch Stimmen und konnte fortan nur noch eine Minderheitsregierung bilden. Schwer belastet wurde die liberale Regierung seitdem durch den sogenannten Sponsoring-Skandal, eine Affäre aus der Regierungszeit Chrétiens. Werbeagenturen, die die liberale Partei unterstützt hatten, erhielten über Jahre weit überhöhte Provisionen für ihre Dienste. Nicht zuletzt die immer noch nicht endenden Enthüllungen dieses Skandals führten zur Ausschreibung einer Neuwahl, die am 23. Januar 2006 eine Niederlage der Liberalen mit sich brachte. Paul Martin kündigte daraufhin noch in der Wahlnacht seinen Rückzug von der Parteispitze an. Als Führer der Opposition ernannte er kommissarisch den früheren Außenminister William Graham. Am 2. Dezember 2006 wurde erstmals in der Geschichte der liberalen Partei, der Parteivorsitzende in einer Kampfabstimmung von den Delegierten des Parteitags in Montreal gewählt. Zur Wahl gestellt hatten sich insgesamt sieben Kandidaten, darunter der frühere Premierminister von Ontario Bob R.A.E. und der frühere Harvard-Professor Michael Ignachiv, die im Vorfeld die meisten Wahlmännerstimmen auf sich hätten vereinigen können. Gewählt wurde nach vier Wahlgängen jedoch Stefan Dion, der unter Chrétien und Martin Minister verschiedener Ressorts gewesen war. Nachdem es Dion bei der Unterhauswahl 2008 wiederum nicht gelungen war, die Liberalen zum Wahlsieg zu führen, trat Ignachiv dessen Nachfolge als Parteivorsitzender an. Zwar führten die Liberalen bis 2010 zeitweise die Meinungsumfragen an, doch konnte auch Ignachiv keine dauerhafte Wende bewerkstelligen. In der Folge trat Ignachiv als Vorsitzender zurück und Bob R.A.E. wurde Interimsvorsitzender. Am 14. April 2013 wählte der Parteitag in Ottawa Justin Trudeau den Sohn Pierre Trudeaus zum neuen Vorsitzenden. Bei der Unterhauswahl am 19. Oktober 2015 konnten die Liberalen unter Trudeau Junior nicht nur erstmals nach 2004 wieder die stärkste Kraft im Parlament werden, sondern erstmals seit der Wahl von 2000 auch die absolute Mehrheit erringen. Damit wird Trudeau ab Herbst 2015 der Premierminister des Landes sein. Das Parlament wird ihn voraussichtlich am 3. November 2015 wählen. Wahlergebnisse Ergebnisse bei den Wahlen zum Unterhaus Parteivorsitzende Provinzen und Territorien Jede kanadische Provinz und eine der drei Territorien besitzt eine eigene liberale Partei. Der Grad der Verbundenheit mit der nationalen Partei ist dabei sehr unterschiedlich. In den Provinzen Ontario, Quay Bay, Britisch-Columbia, Alberta, Saskatchewan und Manitoba sind die liberalen Parteien organisatorisch unabhängig. Allerdings ist eine Doppelmitgliedschaft möglich. In den übrigen Provinzen und in einem Territorium sind die Parteien direkt der nationalen Organisation unterstellt. In vier Provinzen stellen liberale Parteien die Regierung. Britisch-Columbia Liberal Party Nova Scotia Liberal Party Ontario Liberal Party Prince Edward Island Liberal Party New Brunswick Liberal Association Liberal Party of Newfoundland and Labrador Party Liberal du Quay Bay Oppositionspartei Alberta Liberal Party Manitoba Liberal Party Yukon Liberal Party Ohne parlamentarische Vertretung Saskatchewan Liberal Party Siehe auch Liste politischer Parteien in Kanada Bautische